Waldsee ist das deutsche Sprachdorf. Wie auch in allen anderen Dörfern ist es unsere Mission, dass wir Villagers erziehen zur Verantwortung und zu lebenslangem Lernen. Und wir tun dies hier in Waldsee, indem wir eine authentische Umgebung schaffen, in der wir die deutsche Sprache sprechen und die deutsche Kultur beibringen. Und das Ganze findet statt in einer großen Gemeinschaft. Und dieses gemeinschaftliche Lernen findet so oft wie möglich draußen statt in einer natürlichen Umgebung. Es war nur Deutsch, direkt an der ersten Zeit. Und all die Aktivitäten und alles, was wir lern oder hörten, war alles in Deutsch. Wenn das deine erste Erfahrung lernt, dann ist das eine große Umgebung, um das zu tun zu tun. Wir werden sicher, dass wir den Körper-Language benutzen, dass wir verschiedene Bilder benutzen, dass wir dich in der Sprache benutzen, damit du dich in die Sprache verstehst, was wir euch sagen wollen. Das ist der Grund, dass hier die Sprache leben und als Mensch leben. Ich finde drei, vier große Städte am Rhein. Ich fühle mich in eine German Village, wenn ich hier bin, weil der Architektur ist. Das ist eher der Austriere, und dann in der Mitte ist mehr Deutschland. Immediately, wenn du auf Waldsee kommst, bist du bei einer großen Umgebung, und das ist die entranceway in der Waldsee. Wenn du durch, bist du mit der Machpots, wo wir immer singen, in den morgens singen. Wir haben auch Simulationen, und wir do sometimes embodyigen die Holidays. Wir haben Sylvester, das ist New Year's. Und wir haben vorher den Oktoberfest gemacht, wo wir Pretzels und Rootbeer haben, und wir wirklich embodyen, was sie in Deutschland machen. Bei Waldsee lernen wir in der Natur. Wir nehmen die Klasse, wir nehmen die Erlebnisse aus, in die Wurzeln, in die Sonne, in die Wurzeln. Das sind die größte Erfahrungen für die Studenten. Sie lernen über reale Dinge, die sie touchen können, sie fühlen können, sie sehen können, sie riechen können, sie riechen können. Das kannst du in der Klasse nicht wirklich replikieren. Waldsee, Spiel, Spaß und Abenteuer mit der deutschen Sprache und Kultur. Sei dabei! Funk Schmerzen MDR 2017 MDR 2017 MDR 2018 ZDflow слựa